Die Fresse, der wollte mit der Karrenböcke hier vorne eine Mungo Jetzt bin ich in der Karrenböcke... Reste gut Ich fliege Motorrad hier Ach, da steht's, okay Haha, ist das geil Wie die DPS runtergeholfen sind, das war geil Und das an der eine tut, ey Wie in die Karrenkauern Mit der der angekommen ist, weißt du Scheiße, sag schon, im Fahrrad wird's ich gleich drin rausgezogen Also wenn ich in den Beifahrer sei da eingestiegen Hab ich ihn gleich aus dem Gefängnisverkehr gezogen in Mungo, oder was? Das sind aber keine richtige Gelände, das sind nur die Straßendinger, oder? Hm Genau, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich fahre die doch ein bisschen langsam, ey, das ist ja hier Ehrlich bisschen blick mit mir Stefan Ich fahre die Das muss mich aber lang durchreicht. Das ist die Kvotschreiber. Ich warte, dass ich jetzt an der halben Uhr bin, das wird der Töne Ah, Töne Wann die K общем auf meine Witte mal aufhören Das ist so neugierig. Wir haben nie einen Zug frei, man. Jaja, die sind alle runtergepottet, die sind alle runtergepottet, ich hab's ja nur noch kohlen sehen, ich hab's ja... Und einer ist dann zum Auto gerannt. Wo ist denn das jetzt? Ach da hat die Brand vorbei gefahren. Ach nee, das ist... Hm, ja, das ist scheiße, auf die Karte gucken wir noch im Gelände rumheizen. Ach, jetzt laufe ich dahin, ey. Das ist ja ätzend. Ja, aber ich find 2 Uhr hat eh nicht mehr, das liegt jetzt in der Wallerei irgendwo. Oh ja... Hä? Wollt ihr mich rollen? Das fährt doch! Das... Das fährt jetzt in so dir her? Aber wie viel fährt er jetzt? Oh, wohin? Jetzt kommt er mir entgegen. Ja, wie oft soll ich denn noch drauf schießen? Ach, Manni. Ich versteh nicht, warum der da nicht automatisch drauf zieht. Jetzt muss ich den hinbeherlaufen. Hm, naja... Der fährt ja eh wahrscheinlich runden. Der fährt ja eh wahrscheinlich runden. Zero nämlich würde da hoch, der Monk. Der fährt ja jetzt noch... Der fährt ja scheiß Tunnel, ey. Das kann nicht sein. Der fährt ja scheiß Tunnel, ey. Das kann nicht sein. Der fährt ja einfach, das sieht nicht aus. Und jetzt durch den Tunnel auf, lauf ich auch irgendwie nicht ab%, da war nichts mehr da, ey. Doch hier Motorrad, ja. Ja, das ist auch der Starliga. Die Kache ist nicht mehr da, was wir durchwärts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das finde ich geil, bricht wenigstisch nicht, aber so muss das sein. Aber trotzdem, ey, das mit dem Ziel, ich habe das jetzt in der Ego-Perspektive gemacht und den da runtergeholt. Aber das mit dem Ziel ist doch nicht gerade leicht, ey. Ich versteh mich bei manchen Gegnern oder so, würde ich erst nicht der Gegner anbeziehen oder was? Aber Ziel ist es denn vorhin? Ja. 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 Ich kann sogar nach oben gucken. Ja. 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 Der hat da hinten doch schon die ganze Zeit irgendwo der Vogel mit seinem Quart. Weil sonst wären die doch die ganze Zeit schon rumgeguckt. Naja... Naja... 21.000... Das wird für diesen Scheiß...